Alexa, begrüße meinen Freund Seven. Auf einer Skala von 1 bis 10 wärst du die 11. Seven ist der beste Schauspieler der Welt. Alexa weiß sogar wer ich bin. Und das ist der coole Tom. Ich weiß nicht, wer gerade spricht, aber du befindest dich in Thomas Kontin. Ach Alexa, du bist der Brüller. Und der hier, mein bester Freund in Köln, ist eh der Beste. Ach so geil, das ist so schön hier zu sein. Das heißt, der Drehmorgen kann nur geil werden. Ciao.